Seit 1926 schippert Familie Abich mit den Barkassen durch den Hamburger Hafen. Ich glaub, sowas nennt man Tradition. Mittendrin und nicht nur dabei, das ist das Motto der Elbrederrand. Bis Blankenese, da gehen die Fahrten, vorbei an Airbus, den Container-Terminals. Und auf der Rückfahrt siehst du die Skyline, einer der schönsten Späte der Welt. Am Horizont grüßt dich dann der Michel, wie man hier die St. Michaelis Kirche nennt. Ich bin so froh, dass man im Hamburger Hafen unsere Stadt an ihren Kirchen erkennt. Mittendrin und nicht nur dabei, das ist das Motto der Elbrederrand.